Vielen Dank. 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 Es ist eine Freude, eine Ehre, Sie heute Abend hier zu haben. Ganz herzlich willkommen. Vielen Dank. Und ich freue mich auch, Simon Leuthold zu begrüssen. Simon Leuthold wird als Moderator durch den Abend führen. Herzlich willkommen, mein Name ist Isabel von Land und ich bin mitverantwortlich für das Programm des Literatur. Sie ist von Katja Leserlebnis, das ist die Leserlebnis, die ich im Leserleben erinnere, die erinnere, das dieser einen grossen Geschichte noch hat. Und bevor ich noch mehr erzähle, möchte ich einfach jetzt ins Buch das Gespräch eintauchen. Simon Leuthold wird gleich mehr zur Autorin sagen. Simon Leuthold gehört zur Literaturredaktion des Schweizer Radios SRF. Er ist einer der Gastgeber des neuen Podcasts, zwei mit Buch. Er war auch schon moderierend im Literaturhaus zu Gast, das letzte Mal vor einem Jahr plus minus mit der japanischen Autorin Sayaka Murata. Schön sind Sie alle da und viel Vergnügen. Ja, guten Abend auch von mir. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf, zusammen mit Nino Haratischwili. Wie Isabel von Landen das bereits angekündigt hat, werde ich ein paar einführende kurze Worte verlieren zur Autorin selbst, zum Buch auch, um das es heute Abend geht. Nino Haratischwili ist in Tiflis geboren, in Georgien. Sie ist auch dort aufgewachsen, mehrheitlich mit einer kleinen Ausnahme während des Bürgerkriegs Mitte der 90er Jahre bist du mit deiner Mutter nach Deutschland geflohen, aber auch wieder nach Tiflis zurückgekehrt. Du hast schon als Jugendliche eine Theatergruppe gegründet, bist als Bühnenautorin aktiv geworden. Später in Hamburg hast du an der Theaterakademie Regie studiert. Der erste Roman von dir ist 2010 erschienen, Juja. Und seither hat es mehrere Romane gegeben, die auch die eine oder andere zahlreiche Auszeichnungen bekommen haben. Viele dieser Romane, ich habe sie schnell durchgeschaut, das sind regelrechte Eben, das sind dicke Bücher, die georgische und auch die sowjetische Geschichte ins Zentrum rücken. Das war auch zum Beispiel im letzten Roman so, Die Katze und der General, da bildeten die Tschetschenienkriege und die zerfallene Sowjetunion den historischen Hintergrund. Und der neueste Roman, über den wir heute miteinander sprechen werden, Das mangelnde Licht, spielt wieder ganz oder fast ganz in Georgien, grösstenteils in der Hauptstadt Tiflis selbst, und zwar ebenfalls in einer Zeit, in der dort in Georgien viel Schlimmes passiert ist. Das Buch spielt grösstenteils zwischen Mitte der 80er Jahre und Ende der 90er Jahre. Das ist eine Zeit der politischen Instabilität, der Korruption. Es gab Krieg gegen die Republik Abkasien, die sich für unabhängig erklärte, die dabei von den Russen unterstützt wurde. Es gab Bürgerkriege in dem Land, wirklich düstere Kapitel der Geschichte eigentlich, die jetzt auch in diesem Roman wieder aufgearbeitet werden. Was reizt dich an diesen düsteren Kapiteln? Ja, erstmal guten Abend. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein und wieder sein zu dürfen. Was mich daran reizt? Also ich glaube, dass mich grundsätzlich so extreme Zeiten und extreme Themen interessieren. Zum einen mag das an meinem Theaterhintergrund gekoppelt sein, dass ich einfach, ich liebe die Antike und ich liebe halt einfach Geschichten, die groß sind, die brutal sind, die letztlich auch irgendwie universell sind. Das hat was mit Geschmack oder Prägung zu tun. Aber zum anderen, in dem jetzt konkreten Fall in diesem Buch, ist das auch so, dass es eine sehr persönliche Geschichte ist und auch einen persönlichen Beweggrund gab, den zu schreiben. Weil das eine Zeit ist, also es ist zwar ein fiktiver Roman, es ist nicht autobiografisch, aber trotzdem ist das eine Zeit, die sich kollektiv eigentlich für alle Georgier und Georgierinnen eingeprägt hat, weil, wie du eben erwähnt hast, das war eine sehr gewaltvolle Zeit, eine exzessive Zeit, eine brutale Zeit, eine Zeit von Düsterheit, von Mängeln, von Wirtschaftskrise, Krieg etc. etc. Und ich habe selber das erst, glaube ich, so in Deutschland realisiert, nach dem Umzug in meinem Studium, wie sehr sich eben meine Kindheit und Jugend von den meisten Gleichaltrigen unterschied. Und ich war zwar ein Kind damals, also ich war jünger als die Protagonistin in diesem Romans, aber, und hatte zum Glück kein Bewusstsein darüber, was da so vor sich geht. Aber später, als sich das eben nach und nach anfing zu realisieren, habe ich gemerkt, ja, wie extrem diese Zeit war und ja, wie sie einen dann doch geprägt hat, auch wenn man glaubt, sie damit irgendwie abgeschlossen zu haben und in irgendeiner Form ja auch halbwegs heil da rausgekommen ist. Und das ist, glaube ich, einfach ein sehr, auf eine Art so ein Buch der kollektiven Erinnerung, weil auch die meisten Georgier und Georgierinnen, die damals dort gelebt haben, werden sehr, sehr vieles, was hier vorkommt, wiedererkennen. Dieser Roman hat ja, also du hast gesagt, die Hauptfigur, es sind aber eigentlich, wenn man es genau nimmt, sind es ja vier Hauptfiguren. Es gibt eine Ich-Erzählerin, die heißt Keto. Dann gibt es noch drei gute oder beste Freundinnen von dieser Keto, eigentlich Nene, Ira und Dina. Die drei lernen sich in der Schule kennen, auch in der Wohnsiedlung, wo sie aufwachsen zum Teil miteinander. Und um die dreht sich dieser ganze Roman. Die stehen im Zentrum. Vielleicht stellst du uns die vier schnell ein bisschen vor. Was macht die als Menschen aus? Genau, im Grunde ist das ein Buch über eine Frauenfreundschaft, die durch sehr extreme Zeiten oder vor sehr harten Prüfungen gestellt wird und auf sehr harte Proben. Die Erzählerin Keto ist die introvertierteste von diesen Vieren. Wir lernen sie bereits als Kinder kennen und dann begleitet man sie bis ihren 50ern. Und sie lebt mit, sie hat, also ihre Mutter ist gestorben, sie lebt mit ihrem weltfremden Wissenschaftlervater, ihren zwei ebenfalls ein bisschen kruden Großmüttern und ihrem wilden, zornigen Bruder in diesem typischen alten, sogenannten italienischen Hof in der Tbilisser Altstadt. Ebenfalls im gleichen Hof wohnt Dina. Sie ist vielleicht die wildeste, die verruchteste, die abenteuerlustigste, unkonventionellsten dieser vier und auch wird später zu einer sehr bekannten Fotografin, auch Kriegsfotografin und ist sozusagen die unkonventionellste und lebenshungrigste, die aber auch letztendlich auch einen sehr hohen Preis dafür zahlt und so eine Art Anführerin der Clique, wenn man so will. Und Keto und ihre Bindung ist nochmal ganz speziell sehr eng. Dann gibt es die klassische Streberin Ida, die ist so die Klassenbeste und lernt viel und wird später eine erfolgreiche Juristin und wandert in die Vereinigten Staaten aus. Und sie ist eigentlich die ganze Zeit verliebt in die Vierte im Bunde, die quasi den größten Kontrast zu ihr bildet, nämlich Nenne. Nenne kommt aus einem Clan, wenn man so will. Ihr Onkel ist einer der bekanntesten, also Kriminellen der Stadt, also eine Art Mafiosi und wächst mit zwei Brüdern auf in einem sehr patriarchalen Gefüge, wo die Mutter auch sehr wenig das Sagen hat und versucht auf ihre Art zu rebellieren. Also einerseits fügt sie sich oder muss sie sich fügen und andererseits versucht sie immer irgendwelche Hintertüren zu finden. Und sie ist eigentlich eher die romantischste und verträumteste der Vieren. Genau, du hast gesagt, Dina hat einen hohen Preis bezahlt für ihr, für eigentlich ihr Wesen, das sie ja hat. Da verrate ich nicht zu viel. Dina ist schon tot, als der Roman einsetzt. Das ist eigentlich die Ausgangslage. Dina ist auch als Fotografin aktiv, als erst mal Hobbyfotografin, dann aber auch als Kriegsfotografin. Und der Dreh- und Angelpunkt dieses Romans ist eine Retrospektive, eine große Ausstellung von Dinas Arbeit in Brüssel. Diese Ausstellung findet 2019 statt, eben als die drei anderen Freundinnen, die noch leben, in ihren 50ern sind. Das ist mehr oder weniger in unserer Gegenwart. Die drei Freundinnen treffen sich in dieser Ausstellung zum ersten Mal seit langer Zeit wieder und schauen miteinander diese Fotos an. Und bei Ketos, also bei der Erzählerin, bei ihren Erinnerungen, das löst so regelrechte Flashes eigentlich aus. Also sie schaut sich so ein Foto an und landet unversehens in einer sehr detailreichen Erinnerung an eine bestimmte Situation, die auf diesem oder im Umfeld dieses Fotos stattgefunden hat. Und dann erinnert sie sich daran, was sie selbst dort erlebt hat. Sie erinnert sich daran, was sie mit ihren Freundinnen dort erlebt hat. Eigentlich wie eine kleine Tagträumerei, kommt mir das fast vor. Ist das etwas, was dir selbst auch passiert, wenn du Fotos aus der Vergangenheit anschaust? Ich liebe alte Fotos tatsächlich, ja. Ich liebe vor allem Schwarz-Weiß-Fotografien und ich liebe auch so Familienalben und genau, einfach so diese Art von Konservierung der Erinnerung, die es so, glaube ich, in Zukunft immer weniger wird, weil jetzt alles digital ist. Und ich liebe grundsätzlich Fotografie, auch als Medium. Aber ich werde jetzt nicht sozusagen bei jedem Foto natürlich irgendwie sentimental oder kriege solche Flashes wie die. Das hat zum einen natürlich damit zu tun, das ist die Rahmenhandlung des Romans. Das ist der Grund, warum sie aufeinandertreffen nach so vielen Jahren. Und es ist vor allem auch sozusagen der zwingende Grund, warum sie überhaupt zurückkatapultiert werden, weil keiner dieser Frauen möchte sich eigentlich damit befassen, was auf diesen Fotos ausgestellt ist. Und sie sind einerseits Beobachterin und gleichzeitig sind sie ja aber auch sozusagen Motive teilweise dieser Fotos. Das heißt, es gibt da kein Entkommen. Sie sind da ausgestellt, sie sind die Exponate. Und vor allem Ketto tut sich damit sehr, sehr schwer, weil sie eine eher introvertierte Person ist und letztlich auch diese Erinnerungen als sehr schmerzhaft empfindet oder die meisten davon und sich sehr scheut, sich da so exponieren zu lassen. Gleichzeitig wollen sie aber natürlich der toten Freundin die Ehre erweisen und wissen, dass sie da eben hinfahren werden, hinfahren müssen. Und es ist aber auch zugleich quasi so eine Art zwingender Grund, sich miteinander auseinanderzusetzen, weil zwischen denen ist dann auch sehr vieles passiert. Ihre Freundschaft ist letztendlich ja dann auch zerbrochen. Und es gibt ein nach vielen Jahren dieses Wiedersehen. Und das ist so eine Art quasi, ja, so Tour de Force durch diese Zeit, durch ihre Beziehungen und ja, also von damals bis eben in die Gegenwart. Zwingender Grund, sich mit dem auseinanderzusetzen, sagst du, das würde mich jetzt interessieren, also wie bist du auf die Idee gekommen, diese Situation mit so einer Fotoausstellung als Ausgangspunkt für deinen Roman zu wählen? Ich habe lange gesucht, weil ich habe die ganze Zeit diese Vergangenheitsebene sehr klar im Kopf gehabt und ich wusste aber, ich will eben diese Gegenwart unbedingt auch drin haben. Und ich habe überlegt, was kann es sein, weil sie sind vor allem zwei von denen sind ja so arg zerstritten und es sind eben so viele Wunden und so viele unschöne Erinnerungen und keiner will eigentlich da zurückblicken. Und was würde sie dazu bringen, sich wiederzusehen? Und zwar nicht nur Wiedersehen, sondern eben sich ausliefern zu müssen. Und ich habe zu Beginn gedacht, eine Hochzeit, dann dachte ich so, nee, dann dachte ich eine Beerdigung. Dann dachte ich so, nee, das ist auch der falsche Anlass und sie würden dann bei solchen Gelegenheiten natürlich auch versuchen, einander auszuweichen. Und dann kam ich durch Dinas Beruf auf diese Ausstellung und fand sie dann irgendwie sehr hilfreich für mich beim Schreiben, weil das so wie so ein Puzzle das Gesamtbild plötzlich ergeben hat und ich gemerkt habe, okay, also wegen Dina würden die alle kommen. Plus, das ist eben anders als eben bei einer Hochzeitsfeier oder so, die haben keine Möglichkeit auszuweichen. Also die sind da eingesperrt, zwar mit vielen anderen Menschen, aber natürlich extrem auch miteinander oder aufeinander fixiert und müssen einerseits irgendwie zusammenhalten, weil sie da eben ausgestellt sind und gleichzeitig sind die gezwungen, in irgendeiner Form natürlich miteinander ins Gespräch zu kommen. Und das hat mir dann tatsächlich irgendwie sehr geholfen. Also es hat dann so ein bisschen alles so zusammengefügt. Es ist ja auch ein, also dieses Ausgestelltsein, von dem du vorhin schon gesprochen hast, in dieser Ausstellung für sie selbst, das ist ja ein Doppeltes. Also einerseits hängen Bilder, auf denen sie sind, an den Wänden. Sie begegnen sich auf eine Art selbst, wenn sie dort in dem Saal sind, aber was ja auch noch dazu kommt, ist, sie werden halt auch vom Publikum dieser Ausstellung ein bisschen schräg, sagen wir mal so, angeschaut oder auch angesprochen, weil sie erkennbar sind als diejenigen, die auf diesen Bildern sind und die auch das Schicksal der Fotografin kennen. Genau. Ich schlage vor, bevor wir noch weiter über das Buch reden, hören wir uns den ersten Teil daraus an. Vielleicht wäre es aber gar nicht schlecht, wenn du kurz erklären würdest, wo im Roman wir sind, bevor du liest. Relativ zu Beginn, da ist die Welt noch halbwegs intakt. Es sind Ende 80er, es ist noch Sowjetunion, in den letzten Atemzügen. Und das ist eben dieser Hof, von dem ich sprach, weil also dieser Hof oder dieses Viertel spielt in diesem Roman eine sehr entscheidende oder sehr große Rolle. Die sind alle quasi eben da, wachsen bis auf die eine zusammen auf. Als ich auf die Welt kam und in die schattige und stets feuchte Wohnung in der Rebengasse 12 gebracht wurde, die zwischen der langen Engelstraße und dem Tonettiplatz lag, wohnten die rankhohen KP-Funktionäre bereits in anderen Vierteln und die einst prachtvollen Solulaki-Villen waren vom Staat umfunktioniert worden. Die Bewohner lebten nun in den sogenannten Tbilisser Höfen. Ich sehe diese Höfe vor mir. Ich wandere durch die kopfsteingepflasterten Straßen und biege in die Rebengasse ein, wo mein Leben seinen Anfang nimmt. Dieses Viertel ersetzte mir damals die ganze Welt. Hier laufe ich in meiner Vorstellung umher, entlang dem Botanischen Garten, der Kreuzvaterkirche und der Engelstraße, in der unsere Schule lag. Zu den oberen Hängen des Tazmingda mit der Zahnradbahn, durch die vielen verwunschenen Gassen und Holztreppen inmitten von Reben, die die Balkone überwucherten und die kleinen verwinkelten Straßen, über den imposanten Leninplatz zum Rathaus, zwischen lästigen Tratstanden und den ewig ihrer Autos waschenden Männern, zwischen flatternder Wäsche und kleinen Brunnen. An diesen Orten fanden all meine Tragödien Komödien statt. Dort tastete ich mich ins Leben hinein, dort erlebte ich auch den Zusammenbruch einer Welt, ungläubig, mit weit aufgerissenen Augen und mit Todesangst in den Lungen. Ich sehe unseren viereckigen Hof vor mir, die zwei gegenüberliegenden Häuser, dazwischen ein winziger, umzäunter Garten, dazu rechterhand das kleine, zweistöckige Steinhäuschen auf Stelzen, das später dazu gebaut wurde und weniger bunt und schön, wie auf Hühnerbeinen etwas verloren herumstand. Die einzelnen Wohnparteien waren durch einen hölzernen Laubengang miteinander verbunden. Während unser Haus dreistöckig und mit den schnörkeligsten Laubengängen versehen war, war das gegenüberliegende Backsteinhaus erst um die Jahrhundertwende gebaut worden und der solideste Bau des Hofs. Mit Efeu bewachsen, zweistöckig, davor Metallbalkone und blumige Verzierungen. Das eigentliche Leben der drei Hausgemeinschaften fand entweder in den Laubengängen oder im Hof statt. Dort wurde Backgammon oder Domino gespielt, dort wurden Rezepte ausgetauscht, dort lagerten die Einmachgläser der Hausfrauen und das abgelegte Spielzeug der Kinder. Dort wurden Kräuter gegen Mehl getauscht, Krankheiten besprochen und Ehekrisen ausgetragen. Dort wurden Liebschaften entlarvt. Fast alle der hölzernen Wohnungstüren hatten Glasfenster, so dass allen Hofbewohnern klar war, dass jegliche Abschirmung von vornherein eine Illusion darstellte. Es gab immer einen an Schlafstörungen leidenden Nachbarn, der jedes Kommen und Gehen unabhängig von der Uhrzeit registrierte, dem jeder Streit zu Ohren kam und der jede leidenschaftliche Versöhnung zu kommentieren wusste. Der Hof war ein Organismus, in dem die einzelnen Wohnparteien die Organe bildeten, alle miteinander verbunden, alle notwendig, um den Körper am Laufen zu halten. Erst später kam mir der Verdacht, dass die Kommunisten bei der Wohnungsverteilung ihr Augenmerk darauf richteten, in diesem Mikrokosmos viele verschiedene Berufsgruppen anzusiedeln, die sich gegenseitig aushelfen konnten, damit dem Staat möglichst wenig Belästigung und Aufwand entstand. Wurde einer krank, wurde er hofintern versorgt. Brauchte jemand Strümpfe, die nur unter dem Ladentisch verkauft wurden, regelte man das auch untereinander. Wollte sich jemand gute Noten kaufen, um an der Universität studieren zu können, wurde das auch nachbarschaftlich geklärt. Der Hof war ein Staat im Staat, ein auf den ersten Blick vorbildlich sozialistischer. Alle waren gleich, mit denselben Rechten ausgestattet, unabhängig von Ethnie und Geschlecht. Aber natürlich war das auch nur eine Scheinrealität. Im Grunde hatte jeder seinen Platz in diesem Konstrukt und jeder wusste über seine Privilegien Bescheid. Und so würde der armenische Schuster Atiom nicht einmal im Traum darauf kommen, seine Füller nach einer Georgierin aus einer Akademikerfamilie auszustrecken. Genauso wenig würde die Fabrikantenfamilie Atishvili, die kurdische Familie von rechts gegenüber, zu sich einladen. Sogar wir, die Kinder des Hofes, der Rebengasse, hatten diese ungeschriebenen Gesetze verinnerlicht, ohne uns selbst dessen bewusst zu sein. Wir ahmten einfach die Erwachsenen nach, wobei die Tatsache, dass wir den kurdischen Tarik beim Verstecken und bei Himmel und Hölle mitspielen ließen, obwohl uns eingetrichtert wurde, dass er schmuddelig war, eine Lernschwäche hatte, seinen Schnodder aß und weggeworfene Kaugummis kaute, einzig und allein darin begründet lag, dass es sich gut anfühlte, jemanden wie ihn in unserer Nähe zu dulden. Denn auch das war eine Eigenheit unseres Hofes, unseres Viertels, ja vielleicht unserer Stadt. Wir wollten immer um jeden Preis gemocht oder geliebt werden. Und wir wussten, dass es sich gut machte, einen Schwächeren zu beschützen, in dieser Mehrvölkerstadt, die seit Jahrhunderten mit den anderen koexistierte. Schließlich waren wir doch die besten Gastgeber und die tolerantesten Nachbarn. Wir krümmten niemanden ein Haar und luden alle zu uns ein. Wir bewirteten sie und lachten ihnen ins Gesicht. Aber wenn sie wieder gingen, atmeten wir erleichtert auf und rümpften die Nase über ihre Tischmanieren oder ihre derbe Art. Die anderen waren immer ein wenig schlechter, ein wenig gröber, ein wenig dümmer, ein wenig benachteiligter als wir. Unsere Wohnung war meiner Großmutter väterlicherseits, die wir Babuda I nannten, nach der Rehabilitierung ihrer Familie überlassen worden. Sie hatte hohe Decken und feuchte Wände, schnörkelige Balkone zur Straßenseite und tropfende Wasserhähne, gegen die jeder Handwerker machtlos war. Hier wuchs mein Vater auf. Dorthin brachte er auch meine Mutter, nachdem sie Moskau den Rücken gekehrt hatten. Dorthin brachte man auch meinen Bruder und fünf Jahre später mich, nachdem wir in einem kahlen Kreißsaal irgendwo in Bahnhofsnähe das Licht der Welt erblickt hatten. Der Laubengang im zweiten Stock gehörte nicht nur zu unserer, sondern auch zur Wohnung von Nadja Alexandrovna, eine alleinstehende, kinderlose Witwe, von der wir uns nicht vorstellen konnten, dass sie jemals jung gewesen war und die den fatalen Fehler begangen hatte, sich während ihrer Studienzeit an der Moskauer Lomonosov-Universität in einen georgischen Gitarrenlehrer zu verlieben. Sie verlor ihren Kopf und ihren Verstand und reiste ihm in seine sagenumwobene Heimat nach, die von vielen ihrer dichternden Landsleute besungen und bewundert worden war. Nachdem die stürmische Liebe verklungen und die kopflose Leidenschaft abgeebt waren, quartierte der Gitarrenlehrer seine russische Trophäe bei seiner älteren Schwester ein und verschwand wochenlang in den Armen anderer Damen. Eine Etage tiefer im ersten Stock wohnten die Basilias, was aus ihnen geworden ist. Die voluminöse Nani, nebenberuflich Verkäuferin in einem städtischen Gastronom, hauptberuflich Schwarzmarkthändlerin und die gewiefteste Frau des ganzen Hofs. Ich erinnere mich an die bunten Kittel, die sie immer trug. Sie schaffte es wahrlich, mit allen und allem Handel zu treiben. Bad man sie um ein bisschen Salz, wollte sie im nächsten Augenblick ein halbes Kilo Reis als Gegenleistung. Sie konnte jeden dazu überreden, irgendetwas zu kaufen und vor allem die Frauen des Hofs waren ihr hörig, nahmen ihre Übellaunigkeit, ihre Derbeart geduldig hin. Denn gegen eine angemessene Bezahlung konnte sie alles auftreiben, was das Herz begehrte und was der sowjetische Staat nicht hergab. Von Kinokarten für eine geschlossene Filmvorführung bis hin zu tschechoslowakischer Unterwäsche. Von ihrem Mann Dariel war meist nur der imposant behaarte Rücken zu sehen, denn auch in seiner Freizeit war er unermüdlich an seinem Kammersauto zugange, der zum Groll aller Kinder in meinem Hof parkte und beim Spielen störte. Ihr einziger Sohn, Besso, hatte weder das Talent seines Vaters noch das seiner Mutter geerbt. Er war ein langsamer Zeitgenosse, träge, bewegungsfaul, der sich immer zum Schritt kratzte und schon als kleiner Junge eine ausgeprägte Neugier allem Sexuellen gegenüber zeigte. Das ganze Erdgeschoss gehörte den Datischwilis mit ihrer geräumigen Wohnung, dieser nahezu unwirklich vorbildhaften Vorzeigefamilie, der man trotz ihrer übertriebenen Gastfreundschaft, ihrer Geselligkeit und den beeindruckenden Kochkünsten der Familienmutter im Hof mit großem Misstrauen begegnete. Die Ablehnung ging vor allem von den Vertretern der Intelligenzia des Hofes aus und war dem Beruf geschuldet, den der Familienvater ausübte. David, der Fabrikant, wurde immer nur der Zekhavik genannt. Ein Wort, dessen Bedeutung ich erst viele Jahre später erfassen sollte. Der sowjetische Inbegriff für staatliche Verdorbenheit und Korruption. Diese Menschen waren die Kapitalistenschweine der Sowjet-Ära und jedem ehrbaren Menschen ein Dorn im Auge. Hinzu kam, dass diese Familie eine Spur zu perfekt schien und so war man unermüdlich darum bemüht, Fehler und Probleme dieser Musterfamilie aufzudecken. Das Häuschen auf Stelzen, rechter Hand, auch das war ein unausgesprochenes Gesetz, beherbergte die Absteiger und Außenseiter. Dieses Gesetz wurde erst durch den Einzug von Dina und ihrer Mutter auf den Kopf gestalt. Zuvor wohnten dort nur der armenische Schuster Atyom, der von Frau und Kindern wegen seiner übermäßigen Liebe zum Alkohol verlassen worden war, und die kurdische Familie, die ich als Kind namenlos glaubte, denn keiner nannte sie bei ihrem Vor- oder Familiennamen, sondern immer nur die Kurden. Mein Blick wandert weiter über das Bild unseres Hofes, zur gegenüberliegenden Seite, zum roten Backsteinhaus. Die Wohnungen im roten Haus waren stabiler, schöner, sicherer. Die Bewohner des roten Hauses waren Urgesteine des Hofes und man zollte in den besonderen Respekt. Auch lebten dort nicht, wie bei uns gleich mehrere Familien auf einem Stockwerk, sondern insgesamt bloß zwei, oder besser gesagt eine Familie und Onkel Givi. Ein Name, der bei fast allen und vor allem älteren Hofbewohnerinnen grenzenlose Bewunderung auslöste, meist von einem bedauernden Kopfschütteln begleitet. Onkel Givi, ich muss lächeln. Ich lasse mir diesen Namen auf der Zunge zergehen, auf der sich in Sekundenschnelle der Geschmack meiner Kindheit ausbreitet. Das Aroma von sahnigem Eis, von Buchweizen, von sauren Donbonbons und Estragonlimonade. Onkel Givi schien schon immer in diesem Backsteinhaus gelebt zu haben, seit der Zarenzeit, vor den Revolutionen, nun sogar vor den Bolschewiken. Im Sommer wie im Winter standen seine Fenster offen und klassische Musik Drang aus seiner Wohnung. Er galt als Held des Zweiten Weltkriegs, dekoriert mit etlichen Tapferkeitsmedaillen. Bis nach Berlin sei er gekommen. General im Ruhestand und passionierter Pianist. Ein Autodidakt wurde meist ehrfürchtlich hinzugefügt. Eine Wucht von einem Mann, so kategorisierten ihn meine Großmütter. Und ich unterstellte den beiden, in diesem hochgewachsenen, hageren Mann mit den hängenden Schultern verliebt zu sein. Vor allem Äther, Babuda I, die pedantische und strengere meiner beiden Großmütter, bei der ich mir am allerwenigsten vorstellen konnte, dass sie zu irgendwelchen romantischen Gefühlen imstande war, wurde regelrecht schwach, sobald das Gespräch auf Givi kam. Und wer weiß, vielleicht hätte sie auch tatsächlich sein Herz erobern und mit ihm ununterbrochen über die Erhabenheit der Musik und der deutschen Sprache plaudern können, wäre da nicht ein Haken gewesen, ein unüberwindbares Hindernis, das es ihr unmöglich machte, eine ernsthafte Beziehung mit ihm in Erwägung zu ziehen. Onkel Givi war überzeugter Stalinist und hatte nicht einmal nach der Zerschlagung des Stalinkults dessen Porträt von der Wand abgehängt, unter das er immer eine Vase mit frischen Blumen stellte. Ja, diese galante, kinderlose Witwer mit Veteranenrente und einem Faible für Bach und das Schachspiel vererrte den Massenmörder, der Äthers Leben ruiniert und ihre Zukunft zerstört hatte. Immer wenn die Dinge in den Augen von Onkel Givi in eine gefährlich falsche Richtung liefen, wurde der strehlerne Mann herbeizitiert. Würde er nur sehen, welchen Abgrund das Ganze hinunterrollt, stöhnte er, wenn er morgens am offenen Fenster die Zeitung glas oder den Nachrichten im Radio lauschte. Seine eiserne Hand und alles wäre wieder im Lot. Diese Ausrufe hinderten die meisten betagten Damen des Viertels nicht daran, von seinen feinen Manieren und seinem adretten Kleidungsstil zu schwärmen. Und wie würde man uns beschreiben? Die Ripianis? Die letzten Bewohner des Hofs? Ja, unser Nachname stand für alle drei Generationen in der Drei-Zimmer-Wohnung, so viele Jahre, Vergangenheiten und mögliche Zukunftsversionen in sich vereinend, so viele Gegensätze, so viele eingeäscherte Träume. Die Babudas, wie sehr sie mir doch fehlen, sie markieren den Beginn meiner persönlichen Zeitrechnung, Babuda I, Babuda II, zwei Anfänge, ein und derselben Geschichte. Bevor ich auf die Welt kam, nannte mein Bruder sie beide Babia, schlicht Großmutter. Das aber sorgte stets für Verwirrung. Wenn mein Bruder nach Babia rief, drehten immer beide die Köpfe nach ihm um und verloren sich in tüchtiger Fürsorge, um einander auch in diesem Punkt in nichts nachzustehen. Als meinem Bruder dieser ewige Wettstreit zu blöd wurde, beschloss er ihnen beiden, den Großmutterstatus abzuerkennen. Zuerst nannte er sie zu ihrem Entsetzen bei ihrem Vornamen Eta, die Großmutter väterlicherseits, die Korriphäen der Germanistischen Fakultät der Staatlichen Universität und Oligo, die Großmutter mütterlicherseits, die profilierteste Übersetzerin der französischen Literatur. Später wählte er dann die Bezeichnung Babuda, Schwester des Großvaters, was keiner Logik folgte, aber auf eine sehr kindlich intuitive Weise den Konflikt entschärfte. Dazu nummerierte er sie auch noch durch. Eta wurde zu Babuda I und Oligo zu Babuda II. Denn ihr albernes Konkurrenzgehabe zog sich durch ihrer beider Leben wie ein roter Faden. Als gelte es alles, aber auch wirklich alles dieser koketten Rivalität unterzuordnen. Ich hätte allzu gern gewusst, wann sie damit begonnen hatten und vor allem wer von ihnen. Manchmal glaubte ich, dass sie nur auf die Welt gekommen waren, um sich gegenseitig das Leben schwer zu machen. Entschuldigung. Dass sogar meine Eltern nur aus diesem einen Grund geheiratet hatten, um diesen beiden eigenwilligen Seelenverwandten und Rivalinnen zusammenzubringen und keineswegs, um meinen Bruder und mich zu zeugen oder in ihrer kurzen Ehe glücklich zu werden. Eigentlich bedauere ich es, dass ich die stundenlangen Zankereien und Diskussionen zwischen den beiden um die Vorzüge der Deutschen gegenüber der französischen Sprache Ich habe kein Corona. Ich habe mir irgendeinen Infekt eingefangen und entschuldige mich für die Hustanfälle. Ich habe mich aber testen lassen. Eigentlich bedauere ich es, dass ich die stundenlangen Zankereien und Diskussionen zwischen den beiden um die Vorzüge der Deutschen gegenüber der französischen Sprache nicht in irgendeiner Form dokumentiert habe. Es waren wahre Gladiatorenkämpfe, richtige Lehrstücke in der Disziplin des verbalen Duells. Welch absurde Argumente teilweise angeführt wurden, wer da nicht alles zitiert wurde. Goethe versus Racine, Voltaire versus Kant, Musil versus Proust. Diese Streitereien, diese nie endenden Argumente, dieses Gegenüberstellen von französischen und deutschen Tugenden war die ewige Begleitmusik meiner Kindheit. Und wir alle wussten, dass es in diesem Kampf keinen Gewinner geben konnte, dass immer der unbefriedigende Gleichstand bleiben würde. schon deswegen ist Deutsch die wunderbarste Sprache der Welt, weil zwischen dem Leben und dem Lieben nur ein einziges kleines I steht, sagte Babuda 1 an einem sonnigen Morgen am Frühstückstisch. Mein Vater war in seine Zeitung vertieft, mein Bruder und ich zankten uns um irgendwas. Olico hatte im Hintergrund Radio mit folkloristischem Kitschlaufen, also alles wie immer. Wir alle ahnten bereits die heraufziehende, endlose Diskussion. Mutter, bitte nicht schon wieder und vor allem nicht jetzt, stöhnte mein Vater. Was denn, das muss nun mal gesagt werden. Eta sah zufrieden in Olicos Richtung, die so tat, als hätte sie nichts gehört, obwohl man merkte, dass sie ihrer Rivalen durchaus Respekt zollte und ihre Eröffnung recht gekonnt fand. Reißt du mir die Butter, meinen Sonnenschein? wandte sich Olico an meinen Bruder. Eta erwartete keine Lorbeeren, aber man spürte, dass sie diesen banalen Satz durchaus als einen kleinen Sieg wertete und aß zufrieden weiter. Doch kurz bevor wir uns alle vom Frühstückstisch erhoben, kam der Gegenschlag. Und wisst ihr, warum Französisch die schönste Sprache der Welt ist? Olicos funkelnde Augen streiften jeden Einzelnen von uns. Dass wir in diese ewigen Diskussionen immer mit hineingezogen wurden, waren wir gewohnt. Wir waren die Arena, wir feuerten sie an. Ohne uns wäre das Spiel sinnlos und langweilig, weil nur im Französischen der Orgasmus als der kleine Tod bezeichnet wird. Mein Vater verschluckte sich an seinen Tee. Hast du jetzt vollkommen den Verstand verloren? Die Kinder sitzen mit am Tisch, es schaffierte sich Eta auf der Stelle, aber sie schimpfte halbherzig. Man merkte, dass sie ihrer Gegnerin durchaus Anerkennung entgegenbrachte. Und was ist ein Orgasmus? fragte mein Bruder und strahlte die beiden älteren Frauen scheinheilig an. Ja, vielen Dank für diesen ersten Einblick in sowohl die Familie als auch das Treiben auf dem Hof, wo die Keto, die Erzählerin, aufwächst. Sie haben das bestimmt schon gemerkt, spätestens wenn Sie das Buch aufschlagen, merken Sie es dann schon. Der Figurenkatalog in diesem Roman ist riesig. Also die Hauptfiguren, alle vier von diesen Freundinnen haben große Familien mit vielen Geschwistern, mit Tanten und Onkeln, auch mit Großmüttern, eben die beiden Babudas, die spielen ja eine riesige Rolle in diesem Buch. Und trotzdem haben all diese vielen Personen, die da vorkommen, mit derselben Realität in Tiflis und in Georgien in dieser Zeit zu kämpfen. Sie versuchen alle irgendwie diese Realität inmitten von Korruption, von Bandenkriminalität, von Missbrauch, von Aussichtslosigkeit zu bewältigen. Wie ist es gekommen, dass du dich entschieden hast, genau vier junge Frauen ins Zentrum deines Romans zu stellen? Ja, also das war mir irgendwie von vornherein klar. Das wollte ich unbedingt, weil ich wusste, das ist eine Zeit, die eben sehr, sehr männlich dominiert ist, wenn man so will. Also es war eben eine Zeit von sehr viel Gewalt, sehr viel, ja eben Bandenkriege, sehr viele Kämpfe um Macht und das, da waren meistens dann die, also Männer irgendwie daran beteiligt und Krieg eben. Und gleichzeitig war es aber auch eine Zeit, in der Frauen sehr dazu beitrugen, dass man überhaupt überlebte, weil die Männer waren alle entweder dann mit diesen Kriegen beschäftigt oder sie waren so derartig apathisch, also diejenigen, die eben nicht sofort irgendwie zur Waffe greifen konnten oder in irgendeiner Form mit dieser Kriminalität abrutschen konnten. Manche bekamen dann eben ein, das war auch ein sehr zentrales oder ein sehr großes Thema damals, ein Drogenproblem oder wurden alkoholabhängig und manche kehrten eben nicht zurück und die Frauen waren dann halt gezwungen irgendwie zu handeln. Sie mussten natürlich, sie konnten sich das nicht leisten, irgendwie, ja, tatenlos zu bleiben, mussten viel improvisieren, die hatten ihre Kinder zu versorgen, teilweise auch ältere Eltern und ich finde, dass, und viele sind leider dann auch sehr viele bis heute auch ein akutes, großes Thema, sind dann halt auch in Immigration gegangen, teilweise auch als Pflegekräfte und haben dazu beigetragen, dass man halt irgendwie, also dass die Familien überlebten und Frauen haben halt sehr viel geopfert, finde ich, in dieser Zeit, also Männer auch, auch sie wurden letztlich ja Opfer dieses Systems, das sie teilweise selber mit kreiert hatten, aber ich finde, die waren dann auch eben, also die vielen, denen auch wirklich sehr viele massenhaft zum Opfer, aber Frauen halt anders, also Frauen zahlten irgendwie auf eine andere Art ihren Preis, weil sie letztlich ihre besten Jahre, ihre besten Zeiten, ihre ganze Energie, ihre eigenen persönlichen Wünsche und Träume opferten, damit andere überlebten und ich wollte dem eben dieses Weibliche entgegensetzen und ich wollte auch unbedingt sozusagen also die Protagonistinnen sehr jung machen, weil das ist auch eine Generation, die auch einen sehr hohen Preis und einen sehr bitteren Preis auch bezahlt hat, weil es waren ja quasi halb Kinder noch, als das so losging, also die standen an der Schwelle ihres Lebens, voller Hoffnung, voller Erwartung und dann wurden sie in diesen Reigen aus Brutalität und Gewalt mit hineingerissen und mussten schlagartig erwachsen werden und das war mir wichtig, das eben aus dieser Frauenperspektive zu erzählen. Das haben wir ja vorhin auch gehört, also in der Stelle, die du eben gelesen hast, dass die Kinder, die Erwachsenen nachahmen müssen eigentlich, weil sie, wie du sagst, völlig unvorbereitet in diese doch ziemlich katastrophale Wirklichkeit hineinrutschen. Die Lebenswege, die diese vier Freundinnen dann einschlagen, insbesondere nach ihrer Schulzeit, die unterscheiden sich ja dann doch deutlich voneinander. Eben, wie heißt sie, Keto bleibt viel in Tiflis, entscheidet sich aber, sie entscheidet sich, Restauratorin zu werden, sie geht Kunstwerke, vor allem so Fresken in Kathedralen restaurieren, das sind also ihre kleinen Fluchten. Dina entscheidet sich, Kriegsreporterin zu werden, sie geht an die Front des Kriegs in Abkhazien und schießt dort Fotos, geht total traumatisiert zurück. Ich hatte den Eindruck, bei eigentlich all diesen vier Lebenswegen, ihrer auch, sie geht nach Amerika und studiert dort. Irgendwo hat das alles auch mit Flucht zu tun. Also die, immer wieder kommen, kommen die an Punkte, wo ich den Eindruck hatte, die versuchen auch, dieser Realität irgendwie zu entfliehen. Stimmt das? Bestimmt. Also es war jetzt nicht so ein bewusster Gedanke beim Schreiben von mir, aber das ist definitiv nicht verkehrt, weil natürlich war diese Realität einfach sehr schwer auszuhalten. Und ich glaube, wir alle haben so unsere kleine Türchen irgendwie so im Hintergrund, wenn es einem eben nicht gut geht oder man irgendwie Probleme nicht gelöst kriegt, dass man halt manchmal natürlich, keine Ahnung, ja tatsächlich aus dieser Realität auch irgendwie aussteigen will. Und also, ja, jeder versucht das so mit seinen Mitteln und mir war es eben wichtig, sehr unterschiedliche Wege zu zeigen, weil jetzt natürlich auch jeder sehr unterschiedlich damit umgeht. Mann. Ich wusste es, das ist immer davor nichts und danach wusste ich bestimmt auch nie mehr. Das ist kein Problem, erst mal tief Luft holen. Ja eben, also diese aussichtslose Situation, die irgendwie schon immer wieder da ist, also insbesondere ist mir das aufgefallen bei Ketos Leben, wenn sie weg geht, dann ist sie ein paar Monate an einem anderen Ort, was plötzlich wahnsinnig schön ist, wo alles farbig ist, wo sie diese Bilder restaurieren kann und dann kommt sie zurück nach Tiflis in diesem grauen, düsteren Loch einer Stadt, wo alles sofort wieder furchtbar schlimm ist. Du selbst bist ja da aufgewachsen, du hast diese Zeit miterlebt dort, auch als Kind. Wie hast denn du selber diese Aussichtslosigkeit erlebt und vielleicht auch, also hast du eine Ahnung, woher sie kommt? Naja, ich meine, es gab sehr wenig Aussicht tatsächlich, also ganz real gesehen. Es gab keine Arbeit, es gab kein Geld, es gab keine Zukunftsperspektiven, alle haben sich gegenseitig bekriegt, dann war Russland irgendwie noch da und die ganze Zeit das über Blutvergießen, Drogen, Drogen, Drogen oder eben dann Alkohol und sehr wenig Möglichkeiten auch so für den Jugendlichen oder so und das ist auch im wörtlichen Sinne dieser Titel, also in diesem Titel mit enthalten, es war auch eine tatsächlich, also dunkle Zeit, weil ständig Stromausfälle, also es gab kaum Strom und kaum auch letztlich Gas. Haha, aktuelles Thema. Auf jeden Fall, das war halt, also es war wirklich so im wörtlichen Sinne sehr aussichtslos und ich war halt wirklich ein bisschen durch meine, was heißt bisschen, ich war durch meine Kindheit geschützt und ich bin sehr, sehr froh, dass ich eben diese Zeit nicht in dem jetzigen Alter erlebt habe, also nicht die Generation meiner Eltern irgendwie war und dann auch noch am besten irgendwie ein Kind zu versorgen hätte, weil ich glaube, das hätte mich, keine Ahnung, fertig gemacht, weil als Kind gewöhnt man sich halt irgendwie schneller dran, man hinterfragt es irgendwie auch nicht, das war dann plötzlich irgendwie normal, dass man halt zum Beispiel abwechselnd mit den Lehrern in die Schule Holz mitbringen musste, damit wir überhaupt heizen konnten und Unterricht abhalten und es war auch normal, dass irgendwie geschossen wurde oder dass zwischendurch irgendwie russische Panzer in den Straßen standen oder dass endlose Schlangen vor irgendwie Lebensmittelgeschäften waren, das alles war irgendwie so da und da man halt nichts anderes kannte oder beziehungsweise also ich kannte schon zwar also davor irgendwie war es natürlich anders, aber da war ich eben noch zu klein, um mich irgendwie so genau zu erinnern und das ist natürlich irgendwie auch so ein Schutz, weil es ist einem eben nicht bewusst und gleichzeitig muss ich eben auch sagen, das ist mir beim Schreiben auch nochmal deutlicher geworden, es war zwar einerseits eine wirklich sehr brutale Zeit, wo Menschen auch also plötzlich ganz normale Jungs aus sehr bürgerlichen Verhältnissen in totale Kriminalität abrutschten, wo Leute zu Waffen griffen und gleichzeitig aber war es auch eine Zeit von totalem Zusammenhalt, also man hat sich sehr, sehr unterstützt, Freunde, Familie, es wurde alles unglaublich wichtig, weil man war aufeinander angewiesen, ja also du hattest irgendwie Mehl, ich hatte keine Ahnung Butter und so konnten wir halt irgendwie, weiß ich nicht, was backen, und so lief das halt in allen Bereichen, also man musste sich helfen, um irgendwie klar zu kommen und ich erinnere mich immer zum Beispiel, dass wir hatten immer, immer, immer irgendwie Besuch, also es waren immer irgendwie Freunde von meinen Eltern da, man saß da bis bei irgendwelchen Petroleum, Lampen und Kerzenscheinen, bis irgendwie spät in die Nachtstunden, hat viel auch gelacht und geredet und ich will das jetzt nicht verklären, aber die Seite gab es halt auch, also es war auch, also ich glaube in so extremen Situationen, das ist jetzt nicht nur in Georgien damals gewesen, sondern ich glaube, wenn man sich geschichtlich anguckt, ja also in jedem Krieg oder in solchen extremen Zeiten, wird halt sozusagen beides immer offenbart, also einmal die ganzen schrecklichen, unsäglichen, menschlichen Seiten und gleichzeitig aber auch manchmal unfassbar humane, hilfsbereite, großzügige, liebevolle, aufopferungsvolle Gesten, zu denen Menschen dann eben auch in der Lage sind und warum manche halt sich so entwickeln und andere in eine andere Richtung, darauf gibt es glaube ich keine klare Antwort. Das heißt also eben dieses mangelnde Licht, das hast ja du, Isabel, ganz zu Beginn auch schon gesagt, es ist nicht nur, es gibt nicht gar kein Licht, es ist einfach wenig. Ja, genau. Ja, wenn wir mit dem Titel zurück zum Roman gehen, mir ist aufgefallen, dass die Erzählsituation ja relativ speziell ist, denn wir haben das vorhin gesagt, im Zentrum steht diese Ausstellung, in der die drei Freundinnen sind, von der aus sich Keto an die Vergangenheit, an ihr Leben miteinander und auch separat erinnert. Die Folge von dieser Anlage ist, dass es immer wieder und zwar sehr viele und unvermittelte Zeitsprünge gibt, also von unserer Gegenwart 2019 in dieser Ausstellung zurück eben bis in die 80er Jahre nach Georgien, hin und zurück, wirklich so, wie wenn man mit dem Fingerschnitt ergeben würde, innerhalb eines Absatzes. Was hat dich an dieser Form gereizt? Naja, also ich meine, das Buch beschäftigt sich automatisch, einfach ausgehend aus diesen ganzen Themen und weil es eben eine sehr konkrete Zeit verhandelt, beschäftigt sich natürlich, also das Thema war unumgänglich, wenn man so sagen kann, und zwar das Thema der Erinnerung. Wie erinnern wir uns an was? Wie subjektiv ist das? Wie weit ist überhaupt eine Erinnerung, gerade wenn es so eine traumatische Erinnerung ist, teilbar, mitteilbar? Wie kann sie überhaupt beschrieben werden? Dann ist die, was macht die Zeit zum Beispiel mit einer Erinnerung? Gewisse Lebenserfahrungen und manchmal, das kennen wir glaube ich auch, oder viele werden das von uns kennen, dass man manchmal auch sich selber quasi, also dass die Erinnerung quasi ein bisschen mitformiert wird mit der Zeit, dass man was dazu dichtet oder plötzlich verschwindet was, plötzlich vermischt man Dinge. Also das heißt, auch die Erinnerung ist letztlich nichts so abgeschlossenes, was irgendwie fertig irgendwo in einem Schrank liegt, sondern das begleitet ja uns auch durch das Leben und je nach Erfahrung und wie wir durchs Leben voranschreiten, so verformt sie sie auch. Und man hat ja auch ganz unterschiedliche Gefühle manchmal zu bestimmten Dingen. Also was weiß ich, mit 14 hasst man vielleicht irgendeine bestimmte Episode und findet die peinlich oder blöd und mit 30 kann man drüber lachen und hat eher eigentlich warme Gefühle, weil das dann wiederum mit der eigenen Jugend verbunden ist. Und das hat mich halt interessiert und gereizt und ich fand, das ist eben auch ein großes Geschenk in der Literatur, dass man Zeiten letztlich ein bisschen aufheben kann, dass es diese Linearität, wie es so im Leben die hat, dass es die hier nicht zwingend geben muss, dass man eben springen kann. Und das hat auch sehr schöne Möglichkeiten mir gegeben. Zum Beispiel gibt es halt so Szenen, wo die Gegend war, also Keto, die guckt dann auf irgendein Foto, auf dem ein sehr, sehr schrecklicher Moment ihres Lebens abgebildet ist und sie ist total in dieser Erinnerung und ist eigentlich den Tränen nah. Und dann kommt jemand, stellt sich daneben mit seinem Sektglas und unterhält sich über die feministischen Aspekte dieses Fotos und sie denkt so, ey, was für Feminismus, ey, wir waren hier am Überleben mit irgendwie Stuhlbeinen und Messern und dass das sich so ineinander schiebt, ja, wie so Vorhänge und das fand ich irgendwie sehr reizvoll auch zum Schreiben als Form, dass man eben so springt und letztlich auch genau mit diesem Thema, dieses Sich-Erinnerns spielt. Also das beste Beispiel dafür für dieses Spiel mit dem Sich-Erinnern, das ist Keto selbst, die Erzählerin. Das ist mir wirklich noch eingefahren. Am Anfang habe ich der total vertraut. Die gibt sich als allwissende Erzählerin. Die war dabei, die ist souverän, die weiß alles, aber mit der Zeit beginnt sie sich selbst als Erzählerin eigentlich zu hinterfragen. Sie immer wieder unterbricht sie sich selbst. Dann gibt es solche Passagen, wo man wirklich liest, Moment mal, warum erinnere ich mich gerade an das? Da war ich doch gar nicht dabei. Sie vertraut sich also selber nicht. Sie kommentiert ihr eigenes Erzählen immer wieder. Und was mir auch aufgefallen ist bei ihr, sie hat schon einen starken Hang dazu, auch diese Erinnerungen zu psychologisieren. Also insbesondere, wenn es, also sowohl wenn es um sie selber geht, aber auch wenn es um das geht, was ihre Freundin zu einem bestimmten Moment gesagt, mutmaßlich gedacht und gemacht haben. Woher hat sie das? Ich glaube, das ist ja so ein bisschen so ein innerer Bewusstseinsstrom. Also wenn man sich das jetzt so filmisch vorstellen würde, wäre es ja so, dass sie wirklich dann den ganzen Abend in dieser Ausstellung ist, dort herumwandert, sich diese Fotos anguckt und immer wieder tatsächlich diese Flashbacks hat. Und sie ist grundsätzlich eine große Zweiflerin und auch misstrauisch, so sich selbst gegenüber auch anderen Mitmenschen. Und das fand ich irgendwie naheliegend, dass sie immer mehr so in Schwanken kommt. Und es gibt ganz am Ende auch nochmal so eine Drehung, die möchte ich jetzt nicht verraten, nicht zu viel spoilern, aber wo man durchaus dann darauf schließen könnte, dass Keto eben nicht vielleicht die verlässlichste Erzählerin ist. Und dass es eben sehr subjektiv ist und dass jeder dieser Freundinnen sehr unterschiedliche Perspektiven auch irgendwie hat. Dieses Psychologisieren, ich glaube, es gibt einen, also in Bezug auf Vergangenheit, das kenne ich auch von mir selber, ich glaube, es gibt bei vielen Dingen, die vielleicht so größer waren als wir, ja, Momente vom Glück oder Momente vom Schrecken, dass wir die irgendwie erfassen wollen. Wir wollen im Nachhinein Dinge vielleicht besser verstehen oder in etwas tiefer eintauchen. Und in dieser Ausstellung ist es das für Keto. Also sie sagt ja auch, sie ist zu Beginn, hat sie sogar Fluchtimpulse und flieht auf Toilette und versucht dem Ganzen zu umgehen. Und dann irgendwann sagt sie, okay, ich ergebe mich, das ist jetzt wie so ein Tsunami und ich kann das alles nicht aufhalten und ich werde das irgendwie über mich ergehen lassen müssen. Und vielleicht schaffe ich das, weil die zwei anderen auch da sind und ich bin eben nicht allein. Und trotzdem ist das ja irgendwie so ein ständiger Prozess, auch gerade, weil es eben sehr traurige, sehr düstere Kapitel ihres Lebens da irgendwie exponiert sind, dass sie einen Wunsch hat oder ein inneres Bedürfnis, Dinge zu erfassen oder zu verstehen, was man selten im Leben so hat, wenn das unmittelbar passiert. Was natürlich auch passiert, wenn man eben merkt, okay, da ist jetzt eine Erzählfigur oder eine Erzählerin, der man nicht so ganz trauen kann. Also mich hat das verwirrt beim Lesen. Ist das ein gewollter Effekt? Ich wollte das so möglichst, also ich meine, klar, es ist ein Buch und es ist eine Geschichte und das ist natürlich sehr wichtig, dass man ihr auch so folgen kann und folgt. Aber ich habe bewusst und fand das sehr schön, ich wollte es möglichst authentisch oder realitätsnah machen. Also, weil ich habe mir das so vorgestellt, okay, ich wäre jetzt da und ich würde das alles jetzt so erleben und mitmachen und das spüren, dann ist das ja, also auch die Erinnerung, das ist ja nicht irgendwie, man erzählt ja, dass sich, weil sie erzählt ja diese Geschichte nicht. Also sie ist ja in dem Fall nicht eine Erzählerin, die das an einen Leser oder irgendjemand Konkretes adressiert, sondern wir sind quasi in ihrem Kopf. Und mir war es wichtig, dass man eben das auch, wie es oft so im Leben ist, nicht so sauber hat, sondern, also auch wenn wir uns erinnern, ja, ich bin gerade, was weiß ich, ich erinnere mich an eine bestimmte Episode, plötzlich werde ich aber durch ein Geräusch ganz woanders hingeholt, abgelenkt, dann rieche ich, also das passiert ja auch, dass sie dann irgendwie so einen Geruch empfindet und dann erinnert sie wiederum an den. Also diese Sprunghafte ist, finde ich, irgendwie ein Teil von dieser Erinnerung oder sich Erinnerns, weil keiner setzt sich, keiner von uns würde sich ja so hinsetzen in so einer Denkerpose und jetzt, okay, ich erinnere mich, sondern es ist ja etwas, was unkontrolliert geschieht, was, also manchmal tauchen Erinnerungen ja an total unvermittelt auf oder eben an ganz, an Orten, wo man die überhaupt gar nicht gebrauchen kann und eigentlich denkt man, gehe jetzt weg und es geht aber nicht weg und ich wollte das halt einfach möglichst nah an einem realen Erinnerungsprozess machen. Deswegen fand ich das irgendwie konsequenter, das eben nicht so sauber getrennt und linear und alle Geschichten werden so abgeschlossen, dass man es halt so macht, ja. Ja, meinst du, der Husten lässt eine nächste Lesenpassage zu? Ja, ja, ja. Was hören wir als nächstes? Ich lese eine Stelle, ich glaube, ich lese das mit dem Schneeanzug und das ist so eine Stelle, die zeigt eben auch eine, also es ist auch eigentlich eine traurige Episode, aber es ist auch eine rührende Episode auf eine Art und die ist mir besonders wichtig, weil das ist etwas, was ich selbst erlebt habe, also nicht ich selbst, aber ich habe das halt gesehen und das zeigt wiederum auch das, wovon ich vorhin versucht habe zu sprechen, von wie Leute damals eben improvisiert haben, also dieses Talent hat, glaube ich, sehr viele Georgierinnen und Georgier durch diese Zeiten gebracht und gerettet, also dieses aus dem Nichts eben was machen oder machen müssen, gezwungen sein und dabei sind auch solche sehr fantasievollen und wie ich finde rührenden Situationen entstanden. Ich spüre ein merkwürdiges Frösteln, als hätte jemand in diesem majestätischen Saal die Fenster aufgerissen und anstelle der warmen Mailluft wäre eine arktische Kälte in den Raum eingedrungen. Ich lege beide Arme um mich, es wird gleich vorbeigehen, es sind bloß die Erinnerungen, die Bilder an den Wänden machen sie lebendig, sie kommen der Gegenwart gefährlich nah, sie lassen sie verblassen. Ich sollte mich ihnen widersetzen, sollte ihnen Einhalt gebieten, vielleicht sollte ich mich ebenfalls in eines der angeregt geführten Gespräche um mich herum verwickeln lassen. Ich sollte meinem Sohn eine Nachricht schicken, mich nach ihm erkundigen. Aber stattdessen taucht in mir jenes Bild auf, Sinnbild der damaligen endlosen Kälte, das Bild, das mir das ganze Ausmaß unserer mistlichen Lage, unserer Fallhöhe, die ganze Verzweiflung jener prekären, erniedrigenden, aussichtslosen, völlig desolaten Situation bewusst macht. Es muss kurz nach dem Putsch gewesen sein, kurz bevor der von Babuda II wie ein Halbgott verehrter Präsident aus dem Land floh und die Staatszügel in die Hände der Militär runterfielen. Im neuen Jahr, nach dem trostlosesten, leisesten Neujahrsfest meines Lebens. Wir prosteten uns mit billigem Sekt zu, wünschten uns ein gesundes, frohes Neues, wohl wissend, dass das gerade angebrochene Jahr sehr wenig davon versprach. Um Mitternacht ging ich zu Dina hinunter, auch Ira schloss sich uns an. Wir gingen in den Hof, in der Hoffnung, ein wenig vom Feuerwerk mitzubekommen. Aber als wir vom Hof auf die Straße biegen wollten, öffnete jemand die Fenster und rief uns mit Panik in der Stimme zu, wir sollten schleunigst zurückkommen. Und etwas an der Verzweiflung in dieser Stimme ließ uns instinktiv gehorchen. Noch im überdachten Gang zum Hof hörten wir Schüsse und irgendwo in der Nähe Fensterglas bersten. Alles in Ordnung, schrie jemand von den Nachbarn. Ja, uns fehlt nichts, sagte ich und merkte, wie meine Knie versagten. Doch trotz der nackten Todesangst in jener Nacht begriff ich unser Ausgeliefertsein in seiner ganzen rußschwarzen Gesamtheit erst später. Der Anblick des kleinen Mädchens, Tage oder Wochen nach diesem makabren Silvesterfest, markierte einen Punkt, von dem aus jeglicher Umkehr undenkbar wurde. Ich würde mich gern an ihren Namen erinnern. Denn sie hat mich seitdem begleitet, die traurigste Galleonsfigur meines Lebens. Statt an ihren Namen erinnere ich mich an ihr Gesicht. Dieses Gesicht ist unauslöschlich in meinem Gedächtnis gespeichert. Ich könnte sie sofort zeichnen. Ihre Gesichtszüge und ihre schmächtige Gestalt unverfälscht auf Papier bahnen. Ich erinnere mich an die bunten Polunder, die sie immer trug, an ihre piepsige Stimme. Sie war eine langjährige Schülerin von Babuda I und lernte Deutsch von klein auf. Eta lobte sie über alle Maßen und hielt große Stücke auf sie. Ich fand das Mädchen etwas zu streberhaft und war zuweilen unfreundlich zu ihr. Insgeheim war ich aber einfach nur eifersüchtig auf sie. Sie kam mir wie die Idealenkelin meiner Großmutter vor. Denn sie tat nichts anderes, als Goethe und Schiller zu pauken und wusste schon mit Acht, dass sie Germanistik studieren und nach Jena oder Leipzig gehen wollte, um dort ihren Doktor über Hölderlin zu machen. Trotz ihres Alters war sie äußerst ernst, als wäre sie bereits mit einem bedrückenden Wissen auf die Welt gekommen, dass wie eine Last auf ihrem Körper lag. Ich war mir sicher, sie würde auch mit 20 oder gar mit 60 genau denselben Gesichtsausdruck haben, dieses leicht erstaunte und zugleich alles Durchschauende, als hätte sie bereits ein ganzes Leben hinter sich. Sie hatte einen sehr aufrechten Gang und eine musterhafte Körperhaltung, als wäre sie in einem katholischen Internat groß geworden, trug streng nach hinten gekämmte Haare, die zu einem akkuraten Zopf geflochten und mit einer Schleife zusammengebunden waren, flache Schuhe, karierte Röcke und eben jene verschiedenfarbene Polunder, von denen sie zahlreiche zu besitzen schien. Ihre Stimme war dünn und unsicher, sie traute sich selten ein anzusehen, wenn sie mit einem sprach, und mein Bruder und ich machten uns einen Spaß daraus, sie noch weiter einzuschüchtern, indem wir sehr familiär mit ihr umgingen, sie bei der Begrüßung umarmten oder in kumpelhaften Ton anschlugen. Ich konnte damals eine ganze Weile nicht zur Akademie, die Vorlesungen fielen aus, da der Rustaveli-Boulevard unpassierbar blieb und man den Unterricht wegen der Kampfhandlungen in der Nähe als zu riskant einstufte. Und so beschloss ich, nach Tiromi zu fahren, da jemand erzählt hatte, dass es dort am Stadtrand Holz zu kaufen gab. Die Babudas versuchten, mich davon abzuhalten, aber ich konnte und wollte nicht mehr warten. Ob ich hier friere oder draußen durch die Hand eines Putschisten sterbe, das kommt doch auf das Gleiche hinaus, rief ich etwas heroisch und rannte die Stufen zum Hof hinunter. Lehmann sollte mich hinfahren. Wo er das Benzin dafür aufgetrieben hatte, wollte ich nicht wissen. Ich war einfach nur dankbar, dass er sich als mein Chauffeur angeboten hatte. Denn die Kälte war schlimm. Die Kälte zersetzte meine Gedanken. Nichts half mehr. Keine Decken, keine Socken, keine Wärmflaschen. Und der Blechofen, den mein Vater von irgendwoher angeschleppt hatte, brauchte Holz, das wir nirgends auftreiben konnten. Nachdem wir schon alles an Zapfen, alten Parkettstücken und Zeitungsstapeln verbrannt hatten. Die Kälte war der größte Fein, so schien es mir. Er hinderte mich daran zu zeichnen, zu denken, mich lebendig zu fühlen. Meine Hände glichen Krallen und meine Nase war so rot wie die eines Trinkers. Die Kälte war schlimmer als die Dunkelheit, schlimmer als die Panzer, schlimmer als das rationierte Brot, schlimmer als die elenden Fußmärsche. Lehmann und ich mussten Umwege fahren, aufpassen, dass uns keiner anhielt, sicher gehen, dass wir vor der Sperrstunde zurück wären, denn danach verwandelte sich die Stadt in einen Menschenfresser. Im Auto nahm Lehmann meine Hand in seine und so fuhren wir stumm durch den elektrisch geladenen Nachmittag. Nachdem wir uns durch den Dschungel aus Plattenbauten geschlagen hatten, fanden wir in einem Innenhof tatsächlich einen Laster, von dem aus Holz angeboten wurde und vor dem sich eine lange Schlange gebildet hatte. Wir stellten uns an. Die ganze Zeit ließ Lewan meine Hand nicht los und ich dachte in jenem Moment, dass ich mich daran gewöhnen könnte. Als wir endlich dran waren, gab ich dem Händler alles Geld, was ich hatte und bekam dafür ein paar Kilo Holz, die für eine Weile reichen mussten. Stolz und überglücklich stürmte ich die Wohnung, aber keiner gab Antwort. Ich hörte im Bad das Wasser rauschen, es musste einer der Babudas sein. Die Lodja war leer, auch mein Vater war noch nicht zurück, er traf sich seit einigen Wochen mit seinen Mitarbeitern in der nahegelegenen Wohnung eines Kollegen, da auch der Weg zur Akademie der Wissenschaften unpassierbar war. Ich marschierte ins Zimmer der Babudas, unterwegs den Mantel ablegend und da sah ich sie. Manchmal in seltenen Augenblicken meines Erwachsenenlebens, wenn mich Reue wie ein gefressiges kleines Tierchen befällt und mich dazu zwingt, zu bedauern, das Zeichnen, das Festhalten der Welt aufgegeben zu haben, kommt mir dieses Bild in den Sinn. Und ich trauere der verpassten Gelegenheit nach, es nicht zumindest als Skizze auf ein Blatt Papier eingefangen zu haben. Und hätte ich es damals getan, dann hätte ich mir ein gewisses Pathos erlaubt und das Bild mit Georgische Madonna ohne Kind betitelt. Wie eine anbetungswürdige Ikone saß das Mädchen mit ihrem adretten Zopf mit ernstem Gesicht und aufrechter Haltung in der Mitte des Wohnzimmers. Nur dass an der Stelle, wo sie sonst mit Babuda I am Tisch lernte, jetzt eine Leiter stand, auf deren oberster Stufe sie Platz genommen hatte, als wäre sie ein goldener Thron in einem verzauberten Reich. Sie trug nicht wie gewohnt einen farbenfrohen Polunder, sondern den abgenutzten Schneeanzug meines Bruders, in den er in frostigen Tagen als Kind gesteckt worden war. So saß sie da auf dem Schoß ein zerfleddertes Buch und war so sehr in die Lektüre vertieft, dass sie mein Kommen nicht einmal registrierte. Diese Idee musste von meinem Vater stammen, daran bestand kein Zweifel. Wahrscheinlich hatte er Mitleid mit der fleißigen Schülerin seiner Mutter bekommen und daraufhin beschlossen, ihr auf seine wissenschaftliche Art zu helfen. Während ich da stand und sie völlig faszinierend betrachtete, hatte ich seine Stimme im Ohr. Wie lautet der zweite Hauptsatz der Thermodynamik? Wussten Sie, dass es möglich ist, mechanische, chemische oder elektrische Energie vollständig in Wärmeenergie umzuwandeln? Bestimmt hatte er vor dem Mädchen gestanden, wie von einem imaginären Publikum und mit weit aufgerissenen Augen doziert, dass warme Luft aufsteigt, weil ihre Dichte geringer ist als die kalte Luft. Und etwas an dieser Vorstellung ließ mein Herz sich zusammenziehen. Denn vielleicht war es die edelste und sinnvollste Tat seiner wissenschaftlichen Karriere. Das Mädchen in das wärmste Kleidungsstück zu stecken, das er finden konnte, es eine Leiter hinaufsteigen zu lassen und es so vor der gnadenlosen Kälte zu schützen, damit es weiterhin jene Verse studieren konnte, die seinem jungen, unbarmherzigen Leben womöglich den einzigen Sinn, die einzige Schönheit stifteten. Irgendwas an diesem Anblick, an diesem Gedanken war, nein, ist unerträglich rührend. Ich hielt die Holzscheite in meine Brust, gedrückt wie ein Baby, und kämpfte gegen meine Tränen an. Da bemerkte sie mich und sah Gedanken verloren von ihrem Buch auf. Oh, tut mir leid, ich hab dich nicht reinkommen hören, stammelte sie und wurde sofort rot. Es war eine merkwürdige Situation, sie auf ihrem Thron und ich zu ihren Füßen, holzumklammernd. Schon in Ordnung, alles gut, sagte ich und schluckte die ganze Bitterkeit hinunter, die mich befiel. Die Bitterkeit über die Freiheit, die nichts als Kälte gebracht hatte und das bisschen Holz, das bald verkohlt sein würde. Dass ich einen Jungen liebte, der sich nie erlauben würde, meine Hand in aller Öffentlichkeit in seine zu nehmen. Und so stand ich da, vor der kleinen Göttin. Der mein Vater einen Thron errichtet hatte und war wie gelähmt. Wir hatten unsere Zukunft verspielt, bevor sie überhaupt begonnen hatte. Wir hatten diese kleine Maria um ihre Zukunft betrogen. Wir alle logen sie an. Wir ließen sie Hölderlin pauken, während wir Granaten abwarfen, alle Schönheit in Brand setzten. Während die, die uns beschützen sollten, uns ausnahmen und die Freiheit verkauften. Ich schämte mich. Ich ertrug es nicht, ihrem so offen fragenden Blick ausgesetzt zu sein. Wie gern würde ich glauben, dass sie Ethers sehnlichsten Wunsch erfüllt hat und eine führende Germanistin geworden ist mit zwei Doktortiteln und einer Professoren der staatlichen Uni und nun andere für Hölderlin begeistert. Wie gern würde ich glauben, dass ihr das Leben nicht dazwischen gekommen ist. Ja, eine rührende Szene. Hast du vorhin schon gesagt, hat jetzt auch die Erzählerin Keto gesagt, inmitten von all dieser Kälte, von dieser Dunkelheit, eben wenn nachts die Panzer auffahren, in diesem Menschenfresser von einer Stadt, hast du gesagt, Trotzdem gibt es, wir hatten es davon auch vorhin schon, gelegentlich diese seltenen Lichtblicke. Was lässt denn die Figuren, die Menschen in dieser Zeit und in diesem Leben, das sie leben müssen, trotzdem Hoffnung schöpfen? Ich glaube, unterschiedliche Dinge, also die sind natürlich alle noch sehr jung und sie haben Hoffnungen und sie haben Träume und Wünsche und auch wenn sie, die sehr weit weg von diesen Träumen sind, ist das, glaube ich, etwas, was die weiterhin am Laufen hält. Und trotzdem sind das ja auch Jugendliche, die sich ganz normal mit ihren ganzen jugendlichen Themen beschäftigen, ob es jetzt irgendwelche Verliebtheiten sind oder Liebschaften, das Neuentdecken der Welt, auch wenn sie sich irgendwie düster zeigt, feiern, zusammen abhängen, zusammen diese ganze Energie auf eine Art lokalisieren. Und das habe ich damals auch so empfunden. Also man hat dann trotzdem irgendwie sich natürlich nicht davon abhalten lassen, ob jung oder auch älter irgendwie zu leben. Und vielleicht auch gerade, weil das Leben so wenig zu bieten hatte, hat man einfach umso vehementer auf dieses Recht bestanden oder sich einfach versucht, mal bestimmte Dinge auch zu nehmen und das zu feiern. Ob es jetzt irgendwelche, ja, kleine Partys waren bei Kerzenscheinen mit batteriebetriebenen Ghetto-Blastern oder diverse andere, natürlich irgendwie die ganzen Quatschsachen, die man halt so mit 14, 15, 16 etc. macht. Das hat sie so am Laufen gehalten. Und ich glaube, für die Erwachsenen war das natürlich wesentlich schwieriger. Also, wie bereits erwähnt, gerade für die, die eine Verantwortung trugen, also die noch Kinder zu versorgen hatten oder in irgendeiner Form auch Geld verdienen mussten. Und es gab wirklich keine Arbeit, kein Geld. Und ich glaube, für die war es wesentlich schwerer natürlich. Die könnten das ja alles irgendwie nicht so verdrängen und auch nicht so ausblenden. Und ich glaube, das war tatsächlich so ein harter Überlebenskampf. Aber wie auch schon vorhin erwähnt, also trotz allem hat man sich irgendwie so auch den Raum genommen. Also wie gesagt, ich erinnere mich sehr an diese, man war sehr, sehr viel zusammen, hat sehr viel auch gesungen und getrunken und gelacht. Und das war, glaube ich, tatsächlich so die kollektive Therapie, wenn man so will. Also hat auch die Liebe vielleicht einfach eine sehr wichtige Rolle gespielt? Klar. Die sowieso, immer. Also spielt sie ja auch im Roman. Das ist ja zentral. Da kommen immer wieder, also sowohl im Positiven wie auch im Negativen, das ist ja auch die Ursache ganz vieler Intrigen dann. Klar, klar. Aber wie gesagt, sie sind ja natürlich in diesem Alter, wo das alles so erwacht und wo alles irgendwie, also all das von existenziellem, existenzieller Dringlichkeit ist und auch diese Verliebtheiten, diese Beziehungen, die sie plötzlich anfangen zu führen, dann auch natürlich in diesen sehr grotesken und teilweise auch irgendwie in so was perverses, mutierenden Geschlechterbildern, also weil diese Jungs natürlich da alle plötzlich anfangen so auf Gangster zu machen und irgendwelche Ehrencodes aufstellen und plötzlich bestimmte Verhaltensregeln irgendwie einfordern und es ist so eine Art Dschungel, in dem man halt irgendwie sich so durchschlägt. Aber natürlich, ich glaube, das war oder ist natürlich immer irgendwie in irgendeiner Form treibende Kraft und ob es jetzt Freunde sind, die eben zusammensitzen und zusammen feiern oder ob es jetzt irgendwelche Techtelmechtel von 17-Jährigen sind, das ist halt natürlich irgendwie, ist man halt aufeinander angewiesen in guter wie in schlechter Hinsicht und für die aber natürlich 17- und 18-Jährig ist das natürlich von einer ganz anderen Not oder Dringlichkeit vor allem, ja. Ja, also die Liebe zwischen diesen vier Freundinnen, die wird ja wirklich auf A-Geprüfungen gestellt, immer wieder. Du hast das ganz zu Beginn gesagt, am Schluss sind sie eigentlich, also in dem Moment, wo sie sich treffen im Museum, sind sie eigentlich zerstritten. Sie finden sich dann so nach und nach, tastend wieder in dieser Ausstellung. Die sind alle in ihren 50ern, hatte ich zumindest den Eindruck, schon immer noch sehr traumatisiert von dieser Zeit, die sie jede für sich, aber auch sie miteinander erlebt haben. Gibt es denn für sie überhaupt einen Weg, sich mit so einer Zeit oder mit dieser Zeit zu versöhnen? Ich glaube schon. Ich meine, wie gesagt, viele von uns, wenn man so will, haben es ja irgendwie dann geschafft oder auch jetzt meine Eltern, Generationen oder viele haben ja dann irgendwie trotzdem so weitergemacht oder eben neu begonnen, teilweise freiwillig, teilweise unfreiwillig. Naja, ich glaube, die müssen sich halt dem stellen und in gewisser Form tun sie es ja auch oder das ist so der letzte Abschnitt des Romans, wo sie dann auch die Ausstellung verlassen, durch die Stadt ziehen, sich betrinken und letztlich auch aufeinander ein bisschen wie losgehen, sich streiten, sich wieder versöhnen. Also ich glaube, ohne diese Form von Kommunikation oder Auseinandersetzung funktioniert es nicht und natürlich auch mit einer Form von Auslieferung. Ich glaube, was Keto ja zum Teil tut, ist ja, dass sie immer so einen Vorhang vor dieser Vergangenheit schiebt und Sachen dann auch irgendwie verdrängt oder nicht immer bereit ist, da hinzugucken. Auch das ist menschlich. Man kann da nicht immer sozusagen mit dem Finger in der Wunde so vorankommen. Aber manchmal ist das eben dann halt notwendig, um einen gewissen Frieden mit Dingen zu schließen. Und ich glaube, auch da gibt es jetzt kein allgemeines Rezept oder so. Also jeder geht ja damit anders um. Jeder braucht was anderes, um mit solchen Erfahrungen irgendwie klarzukommen, mit diesen Traumata auch irgendwie auszukommen. Manche müssen mehr darüber reden, manche weniger. Manche müssen sich halt, also wie eben Diener, genauer hingucken und Dinge unter die Lupe nehmen. Manche eben eher wie Keto sich auch mal abwenden. Ich glaube, da gibt es jetzt kein Rezept dafür. Aber ich glaube schon, ich habe das Ende auch, also für mich ist dieses Ende auch bei allen Problemen und düsteren Themen, die sie da verhandeln, trägt das auch eine gewisse Hoffnung so in sich. Also ich sehe die zumindest als einen Schritt weiter, wenn sie aus dieser Nacht rauskommen. Oder vielleicht hat auch wirklich das Geschichten erzählen, dass sich miteinander an Dinge erinnern, die sie miteinander erlebt haben, stelle ich mir vor. Absolut, ja auch dieses Gefühl, dass man eben nicht allein ist mit was. Ich glaube, das macht sehr, sehr viel aus, gerade bei solchen eben unschönen Dingen. Ich finde, also ich kenne es auch von mir, dass es irgendwie auch sehr heilsam sein kann, wenn man halt bestimmte Erfahrungen mit jemandem, der oder die das ähnlich erlebt hat, teilen zu können und sich darüber auszutauschen. Und ich erinnere mich zum Beispiel an so eine Situation, es gibt einen sehr schönen Film, der heißt Die langen, hellen Tage. Das ist von einer georgischen Regisseurin, die in Deutschland lebt, Nana Ekthymischwili. Und das ist ein Film, der ist vor ein paar Jahren in den Kinos gelaufen, ich glaube europaweit, und hat viel so Preise gekriegt. Also es ist wirklich ein total schöner Film. Und dort geht es um zwei Teenager, noch ein bisschen jünger, so 14, 15, eben in diesen sehr düsteren Zeiten. Und das ist so aus einer ganz anderen Perspektive erzählt, aber es ist eben verhandelt auch viel von was damals so passierte und auch irgendwie dieses Gewaltthema. Und ich erinnere mich, ich war einmal im Kino in Hamburg, wo der Film lief, und da waren sehr viele Georgierinnen, so ähnliche Generationen, die ich alle nicht kannte. Und es war so ein lauer Sommerabend, wir sind dann rausgekommen und saßen dann im Hof und da waren eben auch die Kino-Betreiberin und noch so ihre Freunde, also irgendwie kamen wir halt so ins Gespräch. Es waren überwiegend Frauen und es wurde zu so einer sehr großen, lustigen Runde von wahrscheinlich so 18, 20 Menschen, alle so im ähnlichen Alter. Und ausgehend aus dem Film kamen wir natürlich, vor allem die Georgierinnen, auf diese ganzen Themen. Und ich erinnere mich, dass halt dieser deutsche Teil des Tisches immer stiller wurde und auch immer entsetzter guckte, weil die ganze Zeit ging es so, ja, und gab es bei dir dann auch, wurdest du auch schon ausgeraubt oder sind die bei dir auch eingebrochen? Ah, wurde jemand da in deiner Nähe zusammengeschlagen? Ah, ja, hast du auch schon mal mit Panzern gespielt? Und das ging die ganze Zeit so weiter. Aber das Absurde war, und das fiel mir erst selber in dem Moment auf und vor allem anhand der Reaktionen der Deutschen sozusagen, dass wir das alles aber in so einem lustigen Plaudert. Also es war alles so, ha, 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 ha. Und das war aber irgendwie nicht so gestellt, sondern ich glaube, das kam deswegen und das ist mir da in dem Moment auch bewusst geworden. Also das haben wir jetzt nicht so extra gemacht, sondern ich glaube, weil wir alle über unsere Kindheit oder eben Jugend sprachen. Das heißt, eine Zeit, die eigentlich toll und schön ist, ja, oder toll und schön sein sollte, ist sie natürlich nicht immer, aber wo man irgendwie eben so jung ist und unbeschwert und so viel Quatsch macht und so viele Verrücktheiten im Kopf hat. Und ich glaube, dass bei all diesen schrecklichen Erinnerungen wir trotzdem das mit so einer Leichtigkeit erinnert haben. Und das ist mir da irgendwie so auf... Also, und das war so schön, weil, wie gesagt, obwohl ich all diese Menschen nicht kannte und sie zum ersten Mal sah, war man plötzlich sofort bei diesen sehr extremen Erfahrungen, sehr extremen Erinnerungen. Und das hat was natürlich damit zu tun, dass wir halt diese Erinnerungen auch kollektiv teilen, ja. Also geteilte Erinnerungen oder eben auch, was du ganz zu Beginn gesagt hast, was universell ist dann wieder, was in diesem Buch drin ist. Ja, magst du uns zum Schluss noch eine letzte Stelle lesen? Ja. Wir hatten vorhin ja über die Liebe gesprochen und wenn ich richtig informiert bin, geht es in dieser Stelle auch um die Liebe. Darum, wie diese Liebe funktioniert. Absolut, es geht um eine sehr spezielle oder auch vielleicht beschädigte Art von Liebe, aber dennoch Liebe. Da sitzen die Damen bereits in einem Lokal in Brüssel und haben schon einiges an Alkohol getrunken. Ich habe nach meinem Umzug nach Deutschland immer penibel darauf geachtet, meine Mitmenschen nicht allzu sehr zu verstören. Ich habe jeweils nur das nötigste Preis gegeben und meine Worte akribisch abgewogen. Ich habe mich darin geübt, sie mit meiner Vergangenheit nicht über die Maßen zu schockieren, mir stattdessen die Spielregeln einer friedlichen Welt gut und schnell angeeignet. Ich habe mit meinem altertümlichen Deutsch und dem später erlernten Fachenglisch stets Sympathien geerntet. Ich habe meine Arbeit emsiger, hingebungsvoller ausgeführt als viele Kollegen. Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, ordnungshöriger zu sein als jeder andere und bin meinen Bürgerpflichten mit einer nahezu devoten Verantwortung nachgekommen. In den ersten Jahren in Europa habe ich es als großes Privileg empfunden, genau dies tun zu können, tun zu dürfen, was uns all die Jahre zuvor verwehrt worden war. Die neu erlangte Selbstbestimmung in Deutschland erschien mir wie ein unverdientes Geschenk und ich habe daraus Mut und Energie geschöpft, so gut ich konnte. Ich habe mein Bestes gegeben, um meinem Kind die Albträume meiner Vergangenheit nicht zu vererben. Ich habe mich darin geübt, ein gehorsamer Diener meiner Freiheit zu werden. Die Privilegien, die ich selbst in meiner Jugend niemals genießen durfte, konnte ich meinem Sohn in Gänze bieten. Ich war eine verständnisvolle Freundin, eine verantwortungsvolle Kollegin, manchmal auch eine liebevolle Frau. Ich habe immer darauf geachtet, besser, netter, entgegenkommender zu sein, um anerkannt, um akzeptiert, um gemocht zu werden. Aber ich habe niemals Liebe erwartet, niemals habe ich diesen Anspruch erhoben, denn ich wusste, dass meine Liebe diesen Menschen, diesen Aufgaben, diesem Leben gegenüber nur eine gezähmte, eine in annehmbarer Form verabreichte und niemals eine Bedingungslose wäre, niemals eine Liebe, wie sie meiner kaputten Welt eigen war. Meine Liebe habe ich in einer Welt zurückgelassen, die nicht mehr existiert und die mich heute Abend von diesen imposanten Wänden angestarrt hat. Ich habe sie an einem Ort zurückgelassen, an dem ich niemals zurückkehren werde, bei Menschen, die nur noch als Schatten in meinem Kopf existieren. Meine Liebe, und ich bin mir sicher, es wird auch das Los von Ida und Nenne sein, ist eine Dinosaurierliebe, eine ausgestorbene Art von Liebe, eine, die schmutzig und brutal ist, eine Liebe, die in Messerattacken, blutige Wunden und Schüsse mündet, eine, die gewohnt ist, Verbote und Schranken zu umgehen. Es ist eine Chamäleonliebe, die lügen muss, um zu überleben. Ja, so muss es wohl sein. Unsere Liebe kennt keine Freiheit und Sorglosigkeit. Sie ist nicht leicht und schon gar nicht zivilisiert. Sie kennt keine Unbeschwertheit und keine Jugendlichkeit. Sie ist eine, die Menschen, die nicht aus dieser Welt stammen, ungesund anmutet, die sie ängstigt und verstört. Und sie haben recht damit. Aber ich kann sie nicht verraten, mich nicht von ihr lossagen, denn diese Liebe ist die einzige, die ich habe. Und ohne ihnen die Frage stellen zu müssen, weiß ich, dass diese beiden Frauen, die mir gegenüber sitzen, die die Nacht dehnen, die Vergangenheit mit Gegenwart mischen, wie einen gekonnt zubereiteten Drink, es genauso empfinden. Und ja, es stimmt. Wir alle drei, wir wissen das. Wir wissen, dass das, was an diesen weißen Wänden dieses schönen Palasts inmitten dieser barmherzigen, heiteren Stadt ausgestellt hängt, zuallererst eine exotische Welt zeigt, eine kaputte, magische, für westliche Augen anziehende Welt. Eine Welt, die uns für zehn Leben reicht. Wir haben gelebt. Und wir haben für viele gelebt. Und wir können diesem Leben nicht, nur weil der Schmerz nie vollständig abklingt, untreu werden. Danke. Ja, und mit diesem eindrücklichen Bild der Dinosaurierliebe entlassen wir Sie nach draußen. Es ist immer noch hell. Herzlichen Dank, Nino Haratischwil, für das spannende Gespräch. Danke an Sie alle, die Sie hier waren und uns zugehört haben oder die im Stream zugeschaut und zugehört haben. Danke ans Literaturhaus, danke Isabel, dass wir hier sein durften. Vor der Tür erwartet Sie der Büchertisch der Buchhandlung Heslanden. Ich glaube, Nino, du wirst auch Bücher signieren, wenn man das möchte. Genau. Natürlich. Schönen Abend. Danke. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.